Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor. Ein ohrenbetäubender Lärm, hoffentlich hört man uns noch. Die Stimmung ist grandios. Die Fans sind wild entschlossen, die Kugel notfalls ins gegnerische Tor zu peitschen. Man kann in diese Stimmung jetzt eintauchen und diese Unterstützung...